Der DINNER CUP ist der praktische Helfer, wenn es um die einfache und schnelle Verarbeitung von Salat und Gemüse geht. Ein ideales Gerät für kleinere Gaststätten, Pizzerien oder Feinkostbeschäfte. Für den DINNER CUP brauchen Sie nicht viel Platz in Ihrer Küche. Zum Arbeiten klappen Sie einfach die Füße auf und stellen ihn auf einen Arbeitstisch. Zwei Befestigungssysteme werden mitgeliefert. Saugfüße für den normalen Einsatz und Füße zum Anschrauben für starke Beanspruchung. Der DINNER CUP ist sehr schnell bedriebsbereit. Die Schneid- oder Raffelscheiben werden einfach eingeschoben und durch den schwarzen Knopf oben am Gerät zentriert und freigegeben. Die Scheiben müssen immer mit dem Kling nach oben eingesetzt werden. Sie stecken einfach das Gemüse in die Einzelöffnung, ein leichter Brot mit dem Kling genügt und losgürtzt. Vier verschiedene Schneidscheiben stehen zur Wahl. 1,5, 2, 3 und 5 Millimeter. Ein Scheibenständer zur ordentlichen Aufbewahrung ist ebenfalls erhältlich. Bei den Raffelscheiben können Sie zwischen 2, 3 und 4 Millimeter wählen. Die gute Qualität der Messerklingen ermöglicht eine schonende Verarbeitung vieler Gemüse, Obst und Salatsorten. Nach Entfernen der Scheibe ist der DINNER CUP. Sie sind einfach und schnell im Waschbecken unter fließendem Wasser zu reinigen. Waschbecken unter fließendem Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020